Der andere hängt immer noch an den Lüttel. Das, was er am Anfang versäumt hat, holt der jetzt nach. Der ist schon groß geworden, der schwarze, gell? Der ist schon zugelegt jetzt. Der hängt zwar noch ein bisschen hinterher, aber... Ja, das wird er auch nie ganz aufholen, denke ich. Obwohl, das weiß ich nicht. Je nachdem, wie er halt... Wenn es mal Gras fressen, dann vielleicht. Wenn er wie es Futter halt verwertet. Der andere tut ihm am Ohr rum, knabbern gleich von ihr. Der knabberte mal hier am Ohr rum, um aufpassen. Tja, deswegen tut er den Kopf mal weg, weil er immer ans Ohr hingeht. Was denn der? Das würde ich ärgern. Jetzt stellt sie sich schon so hin, dass er nicht knabbern kann. Schau mal, Ina, schau mal. Der hängt jetzt von der einen Seite, hängt er an der anderen Nudeln dort. Du könntest noch bei Youtube, wenn du nachden willst. Du könntest noch bei Youtube, wenn du nachden willst.